Stursky und Habs brauchen Hilfe, um das Schwein zu finden. Also kommen Sie zum Axel. Schwein? Ihr meint Paolo, das Schwein? Ich weiß nur, wo sein Geht-Eintreiber ist. Eddie Swann. Er hängt jeden Tag bei Luigi rum. Da findet ihr ihn sicher. Stursky, das sind Breezy's Jungs. Eddie's Mahlzeit ist beendet. Sieht aus, als hätte Breezy damit zu tun. Hallo und mein Moin. Wir spielen nochmal eine Runde Stursky und Hatsch. Die Swann-Einführung, der ist von der Breezy-Gänge entführt worden in einem GM-Taxi. Das soll man natürlich aufhalten und aufpassen, dass ihm nichts passiert. Ich gucke gerade nochmal mit der Kamera, dass sie gerade ist. Und dann sollen wir 50 Pappkartons zerstören. Irgendwie müsste ich nochmal schon gerade, also so, ne? So, ist das ein bisschen schief? Das gefällt mir so nicht. Breezy muss genau wie wir hinter Swann hier sein. Ob du es glaubst oder nicht, wir retten Swann. Los! An alle Einheiten, C-Barr 3 verfolgt Verdächtige. Unterstützung erforderlich. Ich bin von Schreck schon geschossen. Ich bin von Schreck schon geschossen. Stopp. Schreck schon. Ich bin von Schreck schon. Ich bin von Schreck schon. Reischt so creier. Ich bin von Schreck schon. Die hängen uns nicht ab. Die hängen uns nicht ab. Die hängen uns 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 ab.